Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Value Compact, die Sendung von Shareholder Value rund um die Kapitalmärkte und natürlich rund um die Frankfurter Fonds. Ja, mein Name ist Hendrik Scheler, ich bin der Client Portfolio Manager bei Shareholder Value und auch der Host von Value Compact. Heute sprechen wir natürlich wie gewöhnlich über die Performance der Frankfurter Fonds im vergangenen Monat, im März, um genauer zu sein. Und wir haben eine sehr gute Performance gehabt und wir sprechen darüber, welche Aktien haben dazu beigetragen und vor allem, wie wir aktuell positioniert sind. Bevor wir dazu kommen, bevor wir zu meinem Kollegen kommen, Sebastian Blechke, Jefei Lu und Frank Fischer, Werfen wir einen Blick auf die Kapitalmärkte im vergangenen Monat, gemeinsam mit unserem Kapitalmarktstrategen, mit meinem Kollegen Heiko Böhmer. Heiko, ich grüße dich. Ja, jetzt mein Blick auf den März 2024. Ganz klar, der ist an den Kapitalmärkten richtig gut gelaufen. Wir haben weiterhin positive Entwicklungen gesehen an den Gesamtmärkten, auch in unseren Mandaten, mehr dazu natürlich später hier. Aber auf den Gesamtmarkt bezogen haben wir Rekordkurse gesehen. Wir haben Rekordkurse gesehen bei vielen Indizes, aber gleichzeitig auch, und das war besonders spannend, bei Gold oder aber auch bei Bitcoin. Also hier wirklich eine insgesamt positive Entwicklung in den vergangenen Wochen an den Märkten. Es ist immer noch natürlich das Szenario der bevorstehenden Zinswende, die im Endeffekt die Kurse antreibt. Nun ist es aber auch zu sehen gewesen, und das finde ich ist ein Punkt, den man wirklich beachten sollte, auch bei dieser ganzen, ja, Euphorie ist es eigentlich gar nicht. Es ist eher eine positive Grundstimmung an den Märkten. Aber einen Aspekt sollte man wirklich beachten, denn wir haben auch einmal im März einen etwas schwächeren Tag gesehen. Und da hatte ein FED-Mitglied in den USA geäußert, dass es vielleicht in diesem Jahr gar nicht zur Zinswende kommt, sondern dass das Zinsniveau längere Zeit erstmal hoch bleiben wird. Daraufhin sind die Kurse dann wirklich an nur einem Handelstag 1,5% gerade an den US-Märkten runtergegangen. Und hier sehen wir schon, derzeit an den Märkten tatsächlich wird so etwas wie das optimale Szenario gespielt. Das optimale Szenario mit verschiedenen Zinsschritten in diesem Jahr, vornehmlich in der zweiten Hälfte. Das ist eigentlich das, was momentan das Szenario ist, was gespielt wird. Die Frage bleibt nur, ob das auch wirklich so eintreten wird. Und hier muss man genauer hinschauen, ob die Finanzlage das wirklich hergibt, ob die Konjunktur in den USA das hergibt. Derzeit sieht es so aus, als würde es in der zweiten Jahreshälfte zu Zinssenkungen kommen und alles würde so eintreffen, wie bislang erwartet. Aber wir wissen es alle an den Börsen, kann es auch immer wieder anders kommen mit überraschenden Entwicklungen. Und allein schon so etwas wie beispielsweise das Brückenunglück in Baltimore vor einigen Wochen, wo auf einmal wieder Auswirkungen auf Lieferketten gesehen wurden und die sind auch tatsächlich greifbar. Da muss man ganz klar sagen, es bleiben einfach Risiken, die man zum einen schon kennt, aber diese Risiken sind im Markt eigentlich mittlerweile schon eingepreist. Was viel spannender ist, sind natürlich die Risiken und die Faktoren, die derzeit noch nicht eingepreist sind. Und da werden wir natürlich weiterhin die Augen offen halten. Aber insgesamt sind wir grundsätzlich optimistisch weiterhin eingestellt und sind auch in den Mandaten etwas stärker investiert und über der neutralen Ausrichtung. Aber mehr dazu jetzt in dem Blick auf die einzelnen Mandate. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zum Frankfurter Stiftungsfonds, unser defensivstes Produkt in der Frankfurter Fondsfamilie von Share oder Value. Wir haben dieses Jahr eine Performance von knapp drei Prozent bislang erwirtschaftet und auch im letzten Monat, daher kam vor allem die Performance, gute drei Prozent erwirtschaftet. Der Frankfurter Stiftungsfonds besteht ja zum Großteil mit 60 Prozent aus Aktien bis zu 10 Prozent aus Edelmetallen und Gold und dann der Rest in Unternehmens- und Staatsanleihen. Deswegen komme ich jetzt auch zuerst auf die Aktien zu sprechen, wer hier den größten Performancebeitrag seit Jahresbeginn und den negativsten Performancebeitrag seit Jahresbeginn erwirtschaftet hat. Das ist zum einen auf der negativen Seite die Intershop Communications AG, die am stärksten negativ beigetragen hat. Wir haben dort, wie Sie wissen, ein Aufsichtsratsmandat mit dem Herrn Fischer dort und wir sind dort aktiv in der Rolle hier das Unternehmen und dann sind auch den Aktienkurs zu verbessern. Das sieht man auch schon in den letzten Tagen, dass es hier wieder zu einer gewissen Erholung kommt. Ob die nachhaltig ist, wird dann die Zeit zeigen. Hier sind wir aber aktiv engagiert, dass hier es nicht zu der weiteren negativen Performance kommt. Der zweite negative Performancebeitrag ist die Acre Horizons im erneuerbaren Energiesegment unterwegs. Hier ist einfach das Sentiment für diese Art von Assets nicht besonders gut, aber jetzt konnte die Acre Horizons, das ist in der Zahl noch nicht komplett verarbeitet, positiv einen Teil ihres Portfolios verkaufen. Das zeigt den Wert, der da drin ist und unsere Einschätzung auch dann irgendwann zu der Wertaufholung führen sollte. Auf der anderen Seite sehen Sie die neueren Kandidaten, die wir letztes Jahr insbesondere aufgestockt oder gekauft haben. Das sind zum einen Firmen aus der Versicherungsbranche, hier insbesondere die Score mit dem größten positiven Performancebeitrag von fast einem Prozent seit Jahresbeginn. Einer der größten Rückversicherer der Welt und hier kommt es zu der Wertaufholung so langsam, die wir auch erwartet haben. Dann haben wir noch als zweite Versicherung unter anderem die Allianz, hier besonders positiv in diesem Jahr. Kennen Sie ja aus dem DAX, auch hier gehen wir von einer weiteren Wertaufholung aus. Und dann Aktien aus dem Tech-Segment, einmal die ASML aus dem Halbleiterbereich, stellen Maschinen her zur Herstellung von Halbleitern. Auch hier zum einen natürlich mit dem AI-Hype nach oben gespült, aber auch einfach dadurch, dass jetzt wieder die Bestellungen nach einem Rückgang im Halbleitermarkt, die Bestellungen für die Maschinen wiederkommen, auch wieder die Erholung, wie von uns erwartet, die da reinkommen, so dass wir hier auch in dem Halbleiterbereich aufgestellt sind im Frankfurter Stiftungsfonds. Und dann die Tech-Aktien, die Sie auch schon von uns kennen, die Microsoft und die Oracle, die hier positiv beigetragen haben. Ein weiterer positiver Beitrag im Frankfurter Stiftungsfonds, insbesondere in den letzten Monaten, war aber die Entwicklung des Goldpreises, hier mal in Euro dargestellt über die letzten drei Jahre. Hier sehen Sie ganz am rechten Ende die besonders starke Steigerung. Eigentlich würde man denken, untypisch, wenn man jetzt sagt, wir haben eigentlich eher steigende Zinsen, aber auch eine rückläufige Inflation wieder. Das ist jetzt eigentlich kein Umfeld, in dem Gold sich besonders gut entwickelt. Aber wir sehen hier, dass zum einen insbesondere die chinesische Notenbank, aber auch andere Staaten, eher US-Staatsanleihen verkaufen und dafür sich wieder im US-Dollar dann Gold kaufen. Das kann ein Teil dieser Entwicklung erklären. Wir sehen in den ETCs, in denen diese an der Börse gehandelt werden, in denen wir auch investiert sind, eher Abflüsse im Gold. Das heißt, es muss aus dieser Ecke kommen oder vielleicht auch ein gewisser Vorbote dafür sein, dass vielleicht auch nochmal eine zweite Inflationswelle uns bevorsteht. Aber hier konnten wir sehr von der Performance des Goldpreises auch im Frankfurter Stiftungsfonds partizipieren. Wir haben jetzt leicht Gewinne mitgenommen. Wir sind aber immer noch bei ungefähr 9 bis 10 Prozent Anteil im Gold investiert. Sie sehen die Aktienquote aktuell auch um die 60 Prozent weiterhin verstärkt im europäischen Bereich investiert, aber auch in Nordamerika, insbesondere USA investiert. Und Sie sehen das, was wir letztes Jahr aufgebaut haben im Finanzwesen, eine stärkere Position, die sich jetzt, wie Sie gesehen haben, auch schon positiv auszahlt. Insbesondere Versicherungen, das ist hier auf der rechten Seite zu erwähnen, die Score, die Storebrand und die Allianz und die ASR. Alles Versicherungen und dann Technologie, Microsoft haben wir ja vorhin schon genannt oder eine Oracle. Und dann im Gesundheitswesen hatten wir uns auch mit der Stedem verstärkt im letzten Jahr, sodass wir hier ein relativ ausgewogen, gleichzeitig relativ konservatives, aber auch ausschüttungsorientierteres Portfolio haben, was ja auch wichtig ist für den Frankfurter Stiftungsfonds, der eine hohe Ausschüttungspolitik verfolgt für Investoren, die regelmäßige Erträge haben wollen. Vielen Dank, damit gebe ich wieder zurück. Ja, vielen Dank. Und jetzt kommen wir zum Thema globale Werte, den Fonds, den ich bei Shareholder Value verantworte. Seit Jahresbeginn geht unseren Fonds eigentlich sehr gut. Nach einem erfolgreichen 2023 haben wir das Jahr in den ersten drei Monaten mit einem positiven Ergebnis von 5,46 Prozent abgeschlossen. Und wenn wir ein bisschen detaillierter in das Performance eingehen, werden wir sehen, dass auf der nächsten Seite, dass die größten Beiträge von einigen von unseren größten Positionen kommen. Auf ersten Platz ist die Novo Nord Disc, wie Sie sicherlich auch schon vielleicht mitbekommen haben, hat diese Firma sehr große Erfolge gehabt in dem Bereich Diabetes und letztens auch in diesem Bereich von Medikamente, die jetzt auch Zweitnutzung haben in dem Bereich Obesity und Fettbleibigkeit. Und das hat natürlich dazu geführt, dass diese Firma sehr erfolgreich eigentlich schon letztes Jahr war, aber weiterhin, wenn die klinischen Studien noch mehr beweisen, wie gut dieses Medikament wirklich ist, auch dieses Jahr zum sehr starken, positiven Ergebnis gekommen ist. Auf weitere Stellen sehen Sie unsere zwei größten Positionen auch dabei unter unserem Top 5 von Beiträgen. Die Sartorius steht im Biotech, sowohl auch die Diploma, die wir ja sehr stark gewichten, wo wir auch die Conviction hatten, hat auch in den ersten drei Monaten von dieses Jahr sehr starken Performance gehabt. Das spricht wieder noch dazu, dass wir auch die richtige Entscheidung hier getroffen haben, sie auch stark zu bewerten und hier in unserem Portfolio einzunehmen. Natürlich gab es für uns in den ersten drei Monaten auch einigen Aktien, die nicht nach unserem Investment-Erwartungen gelaufen sind. Darunter ist die Ryman Healthcare. Das ist ja eine Firma, die Altersheime in Neuseeland betreibt, wo die Altersheime eigentlich Wohnungen sind. Das hat damit zu tun, dass immer noch die Lage in Neuseeland von Immobilien sehr schwach ist und die Konjunktur auch dazu geführt hat, dass dieses Unternehmen weiterhin erstmals noch belastet wurde. Wir glauben noch daran, dass natürlich die vielen Wohnungen, die sie haben, auch was wert sind und dass es langfristig dazu kommen wird, dass sie auch dieses Wert realisieren können. Aber erstmals müssen wir uns da noch gedulden und auch ganz detailliert schauen, was da noch besser laufen können und ob unsere Verwartungen dort auch noch realistisch sind. Aber allgemein, wenn wir das ganze Portfolio sehen, wie Sie auch hier sehen können, unsere Größe, größten Positionen und auch unsere Gewinner haben viel mehr beigetragen als unsere Verlierer und das ist natürlich, wie wir es gerne auch mal haben. Auf der nächsten Seite können Sie das Portfolioübersicht ansehen und wie Sie hier auch sehen können, ist unsere Bruttoaktiensquote und Nettoaktienquote knapp über 80 Prozent. Es erfreut uns, dass seit eigentlich kurzen und seit schon vielen Jahren nicht mehr wir auch Renditen von der Seite Anleihen bekommen können. Damit haben wir jetzt erste Anleihen auch in unserem Portfolio wieder. Wir haben dort Anleihen, die auch ungefähr durchschnittlich 5 Prozent bringen in Rendite pro Jahr und das ist natürlich schön, jetzt auch davon zu profitieren. Von unseren geografischen Aufteilungen ist es immerhin noch so, dass wir das größte Position in den USA haben, wo auch wirklich die großen Firmen sind. Aber wie Sie sehen können, im Vergleich zu Weltindexies ist es eigentlich so, dass wir auch eine starke Position hier in Europa haben, insbesondere in England und auch hier in Kontinentaleuropa. Das hat damit zu tun, dass die Bewertungen momentan in Europa ein bisschen günstiger sind als in den USA und da finden wir zum Teil auch wirklich gute Firmen noch mit sehr fairen Bewertungen. Unter unserem Top 10 hat es sich seit dem letzten Quartal nur wenig geändert. Die Diploma und Sartorius und die Novo bleibt weiterhin drei von unserer großen Position. Vielen Dank nochmals und ich gebe jetzt dann weiter auf den nächsten. Vielen Dank. Damit komme ich jetzt zum Frankfurter Aktienfonds für Stiftung und unserem Value Focus Fund und natürlich auch zu unserem ETF, dem Frankfurter Modern Value ETF. Zunächst in diesen Mandaten hat sich auch die gute Performance im März schön niedergeschlagen. Wir haben im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen einen 5,13%igen Zuwachs im März zu verzeichnen, über den wir uns sehr freuen. Wo kam jetzt diese Performance her, ist natürlich immer die Frage. Da muss man sehen, es war zum einen das Thema Score, unsere Rückversicherung, was sich sehr gut entwickelt hat. Die ganze Rückversicherungsbranche hat unglaublichen Rückenwind. Die Score ist auf Basis der entsprechenden erwarteten Gewinne pro Aktie für das nächste Jahr immer noch bei einem 5er-Kurs-Gewinn-Verhältnis unglaublich günstig und entwickelt sich in vielen Bereichen genau dahin, wo wir uns das gewünscht haben und dementsprechend liefert es Performance. Die Acceleratio Topco, unsere GFK beziehungsweise mittlerweile Nielsen IQ-Beteiligung, denn die GFK ist in Nielsen aufgegangen, hat sich aufgrund der Bewertungsanpassung durch den Bewerter sehr schön entwickelt. Dort ist es denkbar, dass man ein IPO in 12 bis 18 Monaten vielleicht andenken könnte und vielleicht gibt es da dann nochmal einen schönen Nachschlag. Die Stedium hatten sich gut entwickelt, auch die Chapters und Mears. Bei Mears läuft ein Aktienrückkaufprogramm, was wir sehr begrüßen. Dort werden nicht nur Dividenden, sondern auch Aktienrückkäufe uns glücklich machen. Und das ist auch so, dass sie ein erneutes Aktienrückkaufprogramm durchführen möchten. Weniger erfreulich war die Entwicklung von Montauk Renewables. Wir sind dabei und veräußern diese Position, denn wir haben gesehen, dass die Marktsituation sich verschlechtert hat. Hier ist unsere These nicht aufgegangen. Wir bereinigen das und haben nur noch sehr wenige Aktien, die wir demnächst hoffentlich auch im Markt komplett loswerden und die freigewordenen Mittel dann neu investieren können. Bei Ryman Healthcare ist es so, dass die Gewinn-Situation sich nicht so schön entwickelt hat, wie von uns erhofft. Und wir werden diesen Case auch nochmal durchsprechen, um zu überlegen, was machen wir eigentlich mit der Position? Weil jetzt ist sie so günstig, vielleicht sollten wir sogar nochmal ausbauen. Und die anderen waren eigentlich nicht so maßgeblich von den negativen Beiträgen. Da will ich gar nicht in den Kommentaren weiter drauf eingehen. Hier sehen Sie die Gesamtportfolio-Übersicht und wie Sie schon wissen, haben wir einen Schwerpunkt mit SCORE, ASR Niederland, Storebrand und der Allianz im Versicherungsbereich. Und der macht sich sehr positiv bemerkbar und ist übrigens auch in einem Umfeld, wo vielleicht doch nicht so viele Zinssenkungen kommen, weiter mit dem Rückenwind der höheren Zinsen, die unter anderem bei Neuanlagen im Versicherungsbereich dazu führen, dass es eine richtig schöne Performance gibt. Sehr wichtig für uns auch als weiterer Performance-Treiber und als Stabilitätsanker, weil die kaufen auch Aktien zurück und geben uns schöne Dividenden. Zu unserem Einstand bei der Allianz war das so um die 8 bis 9 Prozent pro Jahr. 5 Prozent Dividende, schöne Rückkäufe. Wir haben die Allianz so um die 214, 215 Euro eingekauft und freuen uns auch hier über eine schöne Entwicklung. Ansonsten sehen wir uns gut aufgestellt mit dem, was wir im Portfolio haben, auch wenn es mal nach unten gehen könnte. Im Value Focus Fonds, der ja wenig erfreuliche Performance hatte, haben wir auch gute Lebenszeichen. Mit 7,31 Prozent sind wir in einem Dreh und ich hoffe, der hält auch an. In einigen der Portfolio-Positionen ist das zu erwarten. Auch hier ist die Nielsen ein wichtiger Bestandteil des Fonds und die Sekunet hat sich gut erholt und es kann gut sein, dass das Cloud-Thema, die Sekunet, auch noch mit Aufträgen in diesem Jahr erfreulich unterstützt und die Guidance vielleicht doch ein bisschen positiv werden könnte, die bisher sehr verhalten ist. Damit rechne ich aber erst im Verlauf des Jahres oder spätestens ins Q4, weil viele Aufträge kommen dort erst später. Software Circle hat sich gut entwickelt. Bei SMT Scharf sind wir ja in einem Verkaufsprozess und dementsprechend wissen wir noch nicht, wir haben 11 Euro noch was angeboten bekommen von dem Käufer. Jetzt müssen die Closing Conditions erfüllt werden und dann gibt es auch bestimmt noch ein paar Abschläge. Aber auch hier sind wir in dem Fonds immer noch so, dass wir wissen, da gibt es noch mal einen Nachschlag. Das gilt auch noch für den Frankfurter Aktienfonds und für Stiftungen auch für unsere Beteiligung AG. Das ist positiv. Ansonsten hatten wir negative Entwicklungen bei Intershop Communications. Dort gab es nach wie vor eine Enttäuschung, weil die Zunahme der Umsätze nicht so gut ist, wie erwartet und der Bereich Professional Services nicht so erfreulich läuft, wie man sich das so hoffen könnte. Ryman tut auch hier ein bisschen weh. Bei Sarin glauben wir, dass es eine Änderung geben könnte, auch im Aktionariat. Da schleicht sich ein Private Equity Fonds an. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ansonsten haben wir eine Altlast noch mit den Aqua extrem niedrig bewertet und wir sind bei einer Neubewertung dieser Firma intern und schauen uns das nochmal genau an, um zu überlegen, was wir mit der Position machen und ob wir nicht dort auch aktiv werden und schauen, dass es veräußert werden kann, vielleicht auch an einen Strategen. So sieht die Struktur aktuell aus. Das heißt, Intershop ist sehr wichtig und ich hoffe, dass auch mein Engagement als Aufsichtsratsvorsitzender sich demnächst dort auszahlt. Erfreulich entwickelt sich aktuell die Modern Times Group. Auch hier sind auf Dauer eben strategische Änderungen im Aktionariat denkbar und ich sehe, dass die operative Entwicklung gut ist, aber zurzeit will in der Spielewelt eigentlich keiner was machen. das war die Hype von Corona und jetzt ist es eben zurückgegangen. Jetzt möchte ich gerne nochmal auf unseren ETF eingehen, den Frankfurter Modern Value ETF und wir sehen auch hier, dass wir in dem Monat nochmal 2% zugelegt haben, Year-to-date, also für das gesamte Jahr knapp 6%, 5,88% um genau zu sein und wir sind nach wie vor in Line mit dem Ziel, wenn es geht, in die Richtung 15% nachhaltig zu gehen. Das ist unser Ziel mit diesem Mandat. Was hat uns hier geholfen? Besonders die ASML mit ihrer Monopolstellung im Halbleiterproduktionsbereich hat sie sich sehr schön entwickelt. Auf der anderen Seite hat die Charter und der Racket-Skandal uns etwas belastet, aber wir sind trotzdem mit diesem Mandat sehr zufrieden und freuen uns über die Performance und auch die Opportunitäten, die sich aus dem Portfolio, was Sie hier mal in den Top 10 sehen, aber Sie haben ja auf unserer Homepage die vollständige Übersicht, denn wir liefern wie beim ETF üblich ja täglich die Inhalte, also was ist da drin, unsere 25 besten Ideen. Da können Sie immer gerne mal auf unsere Homepage gehen und schauen, was sich denn tut und wie sich denn unser Portfolio auch von Quartal zu Quartal ändert. Ich hoffe, das Jahr wird uns nach dem einen oder anderen Hänger, der immer mal drin ist, auch weiterhin viel Freude machen und Ihnen eine gute Performance liefern. Vielen Dank. Danke, lieber Frank. Danke, liebe Kollegen und liebe Zuschauer. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Das soll es erstmal für heute gewesen sein, aber vergessen Sie bitte nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und wenn Sie Fragen haben, entweder einen Kommentar schreiben, wir kommen gerne auf Sie zu oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Ja, was gibt es noch? Besuchen Sie gerne unsere Webseite Shareholder-Value.de um weitere Termine von uns zu finden, Webinare, Weiterbildungsmöglichkeiten und Roadshows. Wir sind immer gerne für Sie unterwegs mit verschiedenen Formaten und da gibt es sicherlich auch etwas für Sie dabei. Nun, das soll es für die heutige Ausgabe alles gewesen sein. Wir sind wieder da im nächsten Monat Mai mit der nächsten Ausgabe von Value Compact und ich freue mich auch, wenn Sie dabei sind. In diesem Sinne machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis zur nächsten Ausgabe. Cheerio!